Von Herzen Willkommen zu diesem Video. Dieses Video soll dich inspirieren, in schnellen Zeiten die Langsamkeit anzuladen. Eine Woche vor. Next chapter. So ist es. Wir gönnen uns doch mal so einen richtig entspannten Sonntag. Mit Kakao und Kerzenlicht am Morgen. An mich hat gerade der kreative Geist gepackt und ich möchte mir heute eine Hose nähen. Ich weiß noch nicht, ob ich das heute schaffen werde, aber ich habe die Karte mit Schöpfertum gezogen. Unser rollendes Zuhause steht also noch in der Werkstatt. Die Zwischenmiete, aus der wir raus müssen, voll mit unseren Sachen. Wir fast ohne Plan. Die Intensität des Lebens eben. Umso wichtiger ist es für mich geworden, immer wieder hinein zu spüren, was ich brauche und auch mal auf den Pauseknopf zu drücken. Der Plan ist, ich habe mir hier schon mal eine Hose genäht und die fand ich echt cool und die will ich jetzt eigentlich kopieren und mit diesem Stoff machen. Ich habe jetzt die zwei Beine ausgeschnitten. Das habe ich jetzt aus dem Mix einfach so Pi mal Daumen gemacht. Ich bin da eher intuitiv im Vorgang. Und eigentlich muss ich die jetzt nur zusammenstecken und zusammennähen. Ich bin da. Arsch am liebsten. Ja, du hast es geladen. Nicht zu viel drauf. Du hast es das. Ich bin da不能 in dir. Fini des Hes hier nicht mehr mehr問題. Wenn doch wieder hier verhindert�, Wir sinken immer tiefer in das Begreifen und Erschaffen, wie wir eigentlich leben wollen. Wir wissen zwar noch nicht wohin, doch ein paar Dinge sind uns klar. Wir wollen mehr mit der Natur sein, die Augenblicke mit unserer Tochter ganz bewusst aufsaugen, Langsamkeit und Minimalismus mehr leben. Denn das nährt uns wirklich. Genau bei ihrem Vögel bildet sich auch dieser Kopfkneiss. Es ist spannend. Wie es mit unserer Reise weitergeht, das siehst du im nächsten Video. Wir freuen uns über Austausch. In welchem Bereich deines Lebens möchtest du die Langsamkeit einladen? Schreibe es gern in die Kommentare. Bis gleich. Genieß dich.